Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und so weiter Hoffentlich werden möglichst viele Wünsche erfüllt Auch dieses Jahr hat es einen Wettbewerb Einfach zusammen im Spielwarenkatalog zählen Den Tal noch richtig ausfüllen Und bis Ende Jahr einschicken Gewinnen kann man mit ein wenig Glück tolle Preise Unter anderem ein Erlebnisaufenthalt Zusammen mit den Eltern im Europa-Park in Rust Mit zahlreichen Attraktionen, prächtigen Shows Und zwei Übernachtungen in einem von den schönen Vier-Stern-Hotels im Park Auch beim Interdiscount findet man jetzt eine Vielfalt von Geschenkeideen für Kleine und Grosse Angefangen bei den neuesten Games oder Digitalkameras Bis zum superflachen LCD-Fernseher Neu bei Interdiscount gibt es jetzt auch super Punkte Gerade bei grösseren Beträgen macht sich das bezahlt Dazu hat Andreas Frischknecht Er ist Marketingleiter vom Interdiscount Grüezi miteinander Wir von Interdiscount freuen uns Dass unsere Kunden jetzt doppelt profitieren können Einmal von den günstigen Interdiscount-Preisen Und jetzt auch von den zusätzlichen Superpunkten zum Sammeln Und für die gesammelten Superpunkte können Sie jetzt auch Einkaufsgutschein beziehen Gerade jetzt an Weihnachten Ein beliebtes und ideales Geschenk Das ist aber noch nicht alles Interdiscount verlost im November und Dezember je eine Million Superpunkte Wer also gerade von Anfang an will die Superpunkte Millionär werden Der kann das mit dem Teilnahme-Coupon aus der Interdiscount-Filiale Oder aus der Inserat von Interdiscount Danke Herr Frischknecht Wer der erste Superpunkte Millionär wird Erfahren Sie hier im Mittwochstudio Und zwar am 10. Dezember Also auch dann wieder einschalten Und die Ziege nicht verpassen Schon jetzt viel Glück beim Mitmachen Und wie jedes Jahr finden Sie bei GOP das richtige Weihnachtsgeschenk für alle Verwandten und Bekannten Vom zeitlosen Geschirr-Service Übers hochwertigen Kochzubehör bis zu den praktischen Haushalt und Elektrogeräten Offeriert Ihnen GOP zahllose Artikel Die sich bestens zum Schenken eignen Gerade beim Geschirr ist es je nachdem so eine Sache Man fragt sich ob man es bei Bedarf kann ersetzen oder ergänzen Dazu die Antwort von unserem Konsumentendienst Wo auf das Thema ab und zu angesprochen wird Auch beim Geschirr sind die näuesten Trends und Farben bestimmend Und das Sortiment richtet sich nach der Nachfrage und dem Verkauf Unsere Konsumenten werden aus dem Grund über Sortimentswechsel in der Co-Press informiert Eine beliebte Geschirr-Serie wie das Viena ist allerdings in grösseren Verkaufsstellen auch als Einzelteil erhältlich Das war es für heute Um fix fertigen Guetzli Teig, weitere Spielsachen und praktische Geschenktipps geht es bei uns in einer Woche Es wäre schön wenn Sie dann auch wieder dabei wären Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen miteinander